ja willkommen mein name ist daniroep und ich begrüße euch zurück zu let's play valkyria chronicles ich würde jetzt wie ein beklopter mit dem cursor hier durchrennen aber ich kann mich nicht bewegen ja wir sind jetzt in kapitel 7 der kampf in barrios und ja und wie ich sehe ist jetzt der nächste kampf erst bei 4a und das heißt wir werden noch einen cutscenes hier haben deswegen fangen wir direkt an history und falls und ja das habe ich absichtlich auf englisch ausgesprochen weil ich nicht exakt weiß wie man das übersetzt eine geschichte bahnt sich an oder wie dort keine ahnung cutscene 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 ich hätte vielleicht mal erwähnen sollen wo wir uns hier gerade befinden anstatt hier einfach so die episode anzufangen wir sind ja in dieser einen ruine die wir hinten eine wüste entdeckt haben dazu ja 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 Ich habe einen Mann mit einem Dallaxi in den Hohen und einer der Menschen mit 100 Millionen Menschen gefeiert. Das ist ein Mann mit einem Dallaxi-Geräusch, der Dallaxi-Geräusch war. Dallaxi-Geräusch? Ich habe einen Dallaxi-Geräusch, der Dallaxi-Geräusch war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich frage mich, warum das Spiel überhaupt Valkyria-Kronk ist, das heißt nicht Valkyria, so wie das da steht. Mal gucken. Damit Rosie solche rassistischen Geschichten erfinden kann. Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, dass ich mein Vater ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mein Vater nicht in meinem Kanzler sagen soll. ich werde nicht unbedingt hier stören sondern das ist optional aber ich ruhig mir natürlich trotzdem an der texten der darksons calamity ich jetzt willst du was calamity bedeutet könnte das auch übersetzen nein diese schwierigen wörter mann war was jetzt ich sie aufhelfen links schon wieder rassistische geschichten aus ja und ja ja Das war's für mich. Jetzt bin ich in der Veranstaltung. Wenn du so schweigst, dann werden wir mit den Sniper aus den Nächsten gebeten. Naja, wenn die Sniper genau so beschissen sind wie unsere. Oh, naja. Du kennst dich, dass du dich in die Hände auf 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 die Hände? Du musst dich auch gar nicht sagen. Ich habe nicht gesagt, dass ich falsch gesagt habe. ja wenn sich frauen an jahre gehen besser nicht einmischen ein mann kann dann nur verlieren innerhalb der spieler das kommt übersetzen wahrscheinlich wieder innerhalb der ruinen bei welkin alicia und folio heißt er glaube ich eine valkyrische spirale Ja. Das ist ein Teil von meinem Ziel. Jemand kann man sich nicht mit dem anderen, und dann mal wieder zu Hause gehen. Das ist doch so. Was ist das? Was ist das? Was ist Alessia? Ich verstehe. Wenn ich das Handy versuche, dann wird es Öffnen. Der Name der Wissenschaft und der Natur. Nein, nein, nicht Wacken, nein. Der Wissenschaft. Erster Kontakt. Wer davor kommt, das werde ich dir raten. Erster Kontakt. Oh mein Gott, der Plot. Der Typ, der vielleicht oder vielleicht auch nicht die Stimme von Lelouch hat? Oder sie ist auf sie? Oh mein Gott. Und da beginnt der Kampf. Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf den nächsten Part. Der Kampf in Varios, das Wüsten-Duell mit Maximilian. Und ja. 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 Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Weiß nicht, was ich sagen soll. Bye, bye. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Tschüss.